Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nur der Form halber, Sie sind doch beide volljährig, nicht wahr? Ich meine, Sie müssen doch nicht erst Ihren Vater fragen. Im Güternahverkehr, Frau Brüning, da stecken noch Chancen drin. Alles, was irgendwo produziert, verbraucht oder verkauft wird, muss ja zunächst einmal transportiert werden. Tag, die Damen, wir haben Probleme mit der Heizung. Das Wasser muss mal abgestellt werden. Wenn Sie gleich mal verschwinden wollen, schnell. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wieder einmal wollen wir Ihnen in unserer Sendereihe Vorsicht, Falle vier Tricks vorstellen, mit denen Diebe und Gauner der verschiedensten Schattierungen gerade in neuerer Zeit ihr Unwesen treiben. Die Tatochte, an denen Sie auftreten und die Gelegenheiten, bei denen Sie Ihre Opfer finden, sind sehr unterschiedlich. Eins haben alle vier Beispiele, aber gemeinsam. Die Täter verstehen es sehr geschickt, die großen und kleinen Schwächen der angesprochenen Zielperson herauszufinden und skrupellos auszunutzen. Schwäche, das kann auch bedeuten Krankheit, Alter, Hilflosigkeit. Und so unglaublich es klingt, im ersten Fall, den wir Ihnen jetzt zeigen wollen, sind es genau diese Situationen, also Krankheit, Alter, Hilflosigkeit, die sich die Täter als Ansatzpunkte für ihr kriminelles Handwerk aussuchen. Ja, wie Röhrmann, darf es was sein? Ja, so ein Sträußchen hätte ich bitte. Nach 2,980? Ja. Darf ich Sie noch ein bisschen besser einpacken? Nein, danke, nicht nötig. Ich gebe Sie sowieso gleich wieder ab. Sagen Sie, ist jetzt Besuchszeit? Ach, diese Erechse, klar, nicht? Das geht den ganzen Tag. An einem Dienstag im Frühjahr 1979 in der Eingangshalle eines städtischen Krankenhauses in Norddeutschland. Ein seriös gekleideter Mann wartet auf eine Gelegenheit, um ganz unauffällig die Pforte des Krankenhauses zu passieren. Wie in fast allen Krankenhäusern sind auch hier die strengen Besuchszeiten früherer Jahre einer relativ großzügigen Regelung gewichtet. Dies ist zwar für Patienten und ihre Angehörigen recht angenehm, aber es ebnet auch zwielichtigen Besuchern den Weg. Guten Tag. Guten Tag. Können Sie mir bitte sagen, wo Frau Ludwig liegt? Klar, Moment bitte. Wir haben eine Anna, Ludwig. Ja, ja, das ist meine Oma. Welches Zimmer ist denn das? Das ist Zimmer 114 im ersten Stock. Wenn Sie hier bitte runtergehen und dann den ersten Stock. Vielen Dank, bitte. Vielen Dank, bitte. Du Mutti, was war'n mit dir? Ist die tot? Ach was, die schläft bloß. Wahrscheinlich hat sie eine Narkose gekriegt und wird gleich operiert. Ach so. Ach, das seid ihr ja. Guten Tag, Mutti. Guten Tag, Oma. Krasse. Aber Klaus, Blumen packt man doch aus. Das kann ich doch auch machen. Ja, ja, weil du dich auch so gut bewegen kannst, so frisch operiert. Die aber hübsch. Sag mal, wie geht's dir denn? Na ja, das schön ist ja nicht. Man muss halt ruhig liegen, nicht? Aber wenn ich hinterher dafür wieder richtig laufen kann. Ja. Guck mal, ich hatte hier Verschiedenes mitgebracht. Bitte. Die Zeitung und ein paar Illustrierte. Aber ich kann mir doch noch nicht gleich wissen. Ach, das liest du doch gern. Und hier sind Äpfel. Anna Ludwig hat eine schwere Hüftgelenkoperation hinter sich. Da sie zunächst viel Ruhe braucht, liegt sie in einem Einzelzimmer. Gerade deshalb freut sie sich besonders über die Abwechslung, die ihr der Besuch der Tochter und des Enkels bereiten. Bepasst ihr denn Schmerzen? Nein, die sind ja weg. Der Mann mit dem kleinen Blumenstrauß, der gleichzeitig mit Frau Borchert und ihrem Sohn das Krankenhaus betreten hat, wandert scheinbar nicht sehr zielbewusst durch die verschiedenen Abteilungen der Klinik. Als er schließlich einige Zeit später die chirurgische Frauenstation ansteuert, verabschieden sich doch Tochter und Enkel gerade von Frau Ludwig. Siehst du, ich habe doch nur alles überstanden. Ach, das ist doch prima. Ja, Mutti. Ich glaube, jetzt brauchst du wieder Ruhe. Warte mal, ich wollte noch was verlieren. Ja? Was war das bloß? Ja, ich weiß es auch nicht. War es was mit zu Hause oder brauchst du vielleicht was? Nee. Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Du hast mir ja noch gar nicht gesagt, wie es mit dir in der Schule geht. Oh je. Ach, Klaus, jetzt tu aber doch nicht so. Erschreck doch die Oma nicht. Gestern hat er eine 2 gebracht in Mathe. Was? Ja. Das muss doch belohnt werden, Klaus. Aber Mutti, lass doch das. Du hast doch selber nicht so viel. Ich geb's doch gern. Das macht mir doch Spaß. Hier. 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 Danke, Oma. Kann ich gut gebrauchen? Ja, komm mal her. Mein Süßer. So. Ja, tu mir wieder ein. Ja. Aber irgendwas wollte ich doch noch von dir, was war das bloß. Mutti, das fällt dir doch bestimmt wieder ein. Ja, das sagst du mir, es ist das nächste Mal. Ja. Wir kommen ja übermorgen schon wieder. Grüß mir deinen Mann schön, ne? Mach ich. Tschüss Mutti. Tschüss mein Kind. Wiedersehen. Und grüß auch alle anderen noch, die ich so kenne. Ja klar, mach ich. Tschüss Oma. Tschüss. Tschüss Mutti, gute Festung. Vielen Dank. Ja. Als Frau Borchert und ihr Sohn das Krankenhaus verlassen, begegnet sie dem Mann mit dem Blumenstrauß zum zweiten Mal. Nichts an seinem Äußeren deutet darauf hin, dass hier kein harmloser Besucher unterwegs ist, sondern dass ein raffinierter Trickdieb durch die Flure streift. Entschuldigung, ich hab mich morgen in der Tür geirrt. Der Mann geht kein Risiko ein. Zimmer, in denen mehrere Patienten liegen, stehen nicht auf seinem Programm. Am liebsten sind ihm solche Zimmer, in denen er ungestört seinem kriminellen Handwerk nachgehen kann. Die Patientin aus Zimmer 113 befindet sich noch im Operationssaal. Spiel 10. 10 Minuten. Heit unter sich. Zieh mit etwas Messen und Taalung aus aus dem Get achieve. t Ja, schon. hai Herren. Du bist meinen Trainer. Guten Tag, Schwester. Ach, das ist ja die 113, deswegen. Wen suchen Sie denn? Nach 114 wollte ich. Ich habe mich in der Tür vertan. Ach, zu Frau Ludwig. Ja, zu Frau Ludwig. Dir geht es ja nicht so gut. Warum machen Sie nicht lange? Nein, ich weiß Bescheid, Schwester. Der Mann reagiert auch auf unvorhergesehene Zwischenfälle, kühl und geistesgegenwärtig. Und er weiß auch, kleine Vorteile sofort zu nutzen, wenn er zum Beispiel zufällig den Namen von Patienten erfährt. Guten Tag, Frau Ludwig. Guten Tag. Sie kennen mich nicht, aber ich kenne Sie recht gut. Aus meinen Unterlagen. Ich bin nämlich vom Sozialamt. Wieso Sozialamt? Hier stimmt irgendwas nicht. Nein, nein, im Gegenteil. Keine Angst, Frau Ludwig. Ich bin von der Seniorenbetreuung bei der Stadtverwaltung. Ach so. Sie, da war ich neulich mal bei so einem alten Nachmittag. So, ich muss sagen, das war das Gemüse. Na, sehen Sie. Und wenn wir uns um Sie kümmern, wenn Sie gesund sind, tun wir das natürlich erst recht, wenn Sie im Krankenhaus liegen. Brauchen Sie irgendetwas? Was zum Lesen oder so? Nein, nein, danke. Meine Tochter war gerade da und hat mir was mitgebracht. Die kümmern sich schon um mich. Blumen hat sie mir auch mitgebracht heute. Ach, Frau Ludwig, meiner hätte ich's vergessen. Ich hab auch Blumen für Sie. Blumen von der Stadt für mich? Das ist aber lieb. Hm. Die sind aber hübsch. Tun Sie sich doch zu den anderen in die Vase. Aber das sieht doch nicht gut aus, Frau Ludwig. Ich hol lieber noch ne andere Vase. Draußen war eben ne Schwester. Die frag ich mal. Am besten, ich nehm das Sträußchen mit. Ja. Damit wir ne passende Vase finden. Das ist aber wirklich lieb von Ihnen. Das ist doch selbstverständlich, Frau Ludwig. Ich bin gleich wieder da. Ja. Natürlich kommt der Mann nicht wieder. Und der kleine Blumenstrauß, mit dem er die alte Frau überrascht und abgelenkt hat, dient ihm an diesem Tag in einem anderen Krankenhaus noch einmal als Requisit für einen hinterhältigen Trickdiebstahl. Nicht immer geben sich Täter dieser Art als Vertreter der Stadtverwaltung aus. Sie treten auch als falsche Assistenzärzte oder Handwerker auf. Was kann man dagegen tun? Es wäre sicher verkehrt, das Kind mit dem Bade auszuschütten und etwa die verbesserten Besuchsmöglichkeiten wieder einzuschränken. Denn die sind aus medizinischer Sicht für die Patienten durchaus sinnvoll. Aber es ist natürlich nicht sinnvoll, ins Krankenhaus größere Geldbeträge oder Wertgegenstände mitzunehmen. Und wenn es einmal nicht anders geht, etwa nach einem Unfall, dann empfiehlt es sich, Geld und Wertsachen bei der Verwaltung des Krankenhauses abzugeben und zu deponieren. In unserem nächsten Beispiel geht es auch um eine menschliche Schwäche, aber um eine ganz andere Altersgruppe. Es geht um junge Menschen, die oft versuchen, erwachsen zu wirken, um für vollgenommen zu werden. Ein paar besonders clevere Geschäftemacher haben diese Schwäche klar erkannt und eine Masche entwickelt, die die Angesprochenen in ihrem Wunsch, älter zu sein, zunächst bestärkt und sie dann erbarmungslos darauf festnagelt. Ich weiß, das klingt sehr geheimnisvoll, aber schauen Sie sich doch einmal an, wie der Trick in der Praxis abläuft. Darf ich? Ja. Das ist ein ganz interessantes Beispiel, Sabine. Darf ich es mal eben zeigen? Ja, natürlich. Hier, seht euch das mal an. Die Sabine hat zuerst zu viel Wasser genommen. Dadurch hat sie hier im dunklen Bereich die Farbflächen nicht konstant angelegt. Das ist wie Aquarell. Hier hat sie es dann gemerkt und deckend gemalt und da stimmt es dann wieder. Da ist die Farbe ganz gleichmäßig. So, Sabine, ich glaube, du weißt jetzt, worauf es sein kann. Ja, klar. Letzte Stunde in der 11. Klasse eines Gymnasiums. So, Leute, die Stunde ist gleich um. Lasst jetzt die Blöcke trocknen und räumen schon mal langsam zusammen. Für die Schüler geht ein ausgefüllter Vormittag zu Ende. Sie haben eine Klassenarbeit und einen Test geschrieben und auch im Kunstunterricht wird heute in der Oberstufe Leistung verlangt. Geht ihr noch mit? In die Pizzeria? Ja, dachte ich schon. Dann gut, aber ich nehme nur eine kleine. Okay. Leute, ich muss gleich nach Hause. Meine Mutter ist mal beleidigt, wenn ich nicht zum Essen komme. Na, du hast es gut. Sabines Eltern sind beide berufstätig. Deshalb isst sie nach der Schule meist in einem Lokal zum Mittag. Die Klassenkameradin Marlis, mit der sie besonders eng befreundet ist, leistet ihr dabei häufig Gesellschaft. Dankeschön. 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 Das ist, dir schmeckt gut. Danke, die dir auch. Mhh. Mhh. Weißt du, heute früh das Weibfurt? Der Hausleister hat wieder rumgelabert, wie für das Plus, weil ich meinen Mofa an die Wand gelehnt habe. Ja, ja, der bringt jetzt voll. Und, hast du es weggenommen? Ja, was willst du machen? Gegen die kommst du doch nicht an. Na, genau so, dass der uns immer duzt. Die Lehrer fragen wenigstens, ob es einem recht ist. Mhh. 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 Warum soll das Ding passieren? Was denn? Der Laber rief plötzlich von Macker von der Seite an. Aber scharf auf meinen Sitzplatz. Aber nicht viel älter als hier. Na, und dann die Tour mit den jungen Beinen. Ich hab bloß was von Meniskus gemurmelt und dann auf Spur geschaltet. Ja, manche Leute kannst du doch nicht vergessen. Na, du? Entschuldigen Sie, dass ich Sie so einfach anspreche, aber Sie sind doch sicher Studentin, nicht wahr? Na ja, gewissermaßen. Warum? Sehen Sie, das lach ich mir. Danke. Dann verstehen Sie ja was von Büchern. Schülbücher? Quark, doch keine Schülbücher. Natürlich nicht. Literatur meine ich. Böll, Brecht oder wenn Sie wollen, Simmel, François Sagan. Eben alles, was man so gelesen hat. Ja, ja, das kennen wir natürlich. Haben Sie denn was mit Büchern zu tun? Ja, gut getippt. Wissen Sie, wir sind eine große Bildungsvereinigung. Und wir sprechen nur ein ausgesuchtes Publikum ab. Akademiker, Studenten und solche, die es werden. Was heißt Bildungsvereinigung? Ist das ein Club oder sowas? Ja, in gewisser Weise schon. Nur, dass wir die Mitglieder sorgfältig auswählen und einen Club ohne Mitglied beitreten. Und da bekommt man Bücher umsonst? Na ja, sagen wir, fast. Fast umsonst. Sie kriegen von uns kostenlos einen Einkaufsausweis. In dem können Sie Bücher, natürlich auch Schallplatten und Musikkassetten zu Vorzugspreisen einkaufen. Da sparen Sie Ihnen eine Menge Geld, wenn Sie wollen. Und wenn man nicht will? Dann wollen Sie eben nicht. Was soll sein? Klingt interessant. Und wie wird man damit nicht? Ganz einfach. Da brauchen Sie mir nur Ihre Adresse aufzuschreiben. Alles andere organisiere ich für Sie. Mit sicherem Instinkt hat der Mann den richtigen Ton getroffen. Die beiden Mädchen konzentrieren sich nicht mehr auf den Inhalt der Papiere, die sie ausfüllen, sondern nur noch darauf, den souveränen und erwachsenen Eindruck, den sie anscheinend auf dem Fremden gemacht haben, zu erhalten und zu bestärken. So merken Sie nicht, dass Sie eine ganz normale Beitrittserklärung für einen ganz normalen Buchclub unterschreiben, mit der Verpflichtung, in regelmäßigen Abständen Bücher und Schallplatten zu beziehen. Wenn Sie dann bitte noch unterschreiben. Da und rechts. Die Frage ist natürlich halber, nur der Form halber. Sie sind doch beide voll hier, nicht wahr? Ich meine, Sie müssen doch nicht erst Ihren Vater machen. Voll hier, ich natürlich. Ich bin bald 19. Ja, dann schreiben Sie da doch noch ein bisschen was. Zielsicher manövriert der Vertreter die beiden Mädchen in eine verzwickte Situation. Wenn Sie jetzt nicht plötzlich doch zugeben wollen, dass Sie keineswegs so erwachsen sind, wie es der Mann Ihnen zutraut, dann müssen Sie wohl oder übel Ihr Geburtsdatum fälschen. Dass so etwas peinliche Folgen haben kann, kommt Ihnen im Moment nicht in den Sinn. Zahlen bitte. Tatsächlich geschieht zunächst einmal gar nichts. Und ein paar Wochen später haben die Mädchen über dem Alltag zwischen Schule und Freizeit das Formular, das sie in der Pizzeria ausgefüllt haben, schon beinahe wieder vergessen. Beeil dich mal! Aber sie sind bei dem Buchclub nicht in Vergessenheit geraten. Hast du auch so etwas gekriegt? Das war bei uns heute Morgen in der Post. Nee, was ist denn das? Der Verein, wo wir neuliche Zettel ausgefüllt haben. Na und? Ich sag dir das, irgendwo der Wund. Weiber, Mann. Was macht das so spannend? Bitte suchen Sie aus unserem Katalog Bücher und Schaltplatten für mindestens 30 Mark aus. Sollten wir bis zum 30. April keine Nachricht vor Ihnen haben, gehen wir davon aus, dass Sie uns die Auswahl überlassen möchten. Wir senden Ihnen dann per Nachname das Buch des Quartals und unsere neue Langspielplatte Blasmusik macht froh. Na, wirk. Ich konnte das Ding heute Morgen gerade noch abfangen. Ich bin fast vom Stuhl gerutscht, als ich das gelesen habe. Na hör mal, das ist ja ein hunst normaler Buchclub. Meine Tante ist denn sowas. Die muss das ganze Jahr über Bücher kaufen und die verschenkt sie dann alle zu Weihnachten. Sag mal, und du hast sowas nicht gekriegt? Bei uns kommt die Post erst um 10. Mensch, wenn meine Alten das in die Finger kriegen, das gibt Ärger. Weißt du was? Dieser Typ hat doch damals gesagt, wenn man nicht will, dann muss man nicht. Dafür bist du Zeuge. Ja, und ich sag einfach, dass ich nicht will. Ganz so einfach, wie die jungen Mädchen glauben, lässt sich das Problem allerdings nicht aus der Welt schaffen. Zwar hat es zunächst auch Sabine geschafft, den verräterischen Brief abzufangen und zu zerreißen. Endgültig konnte sie dem befürchteten Ärger damit aber nicht ausweichen. Guten Tag. Guten Tag. Eine Nachname für Sabine Wieland. Mach 33 mal 50. Das ist meine Tochter. Wo kommt das denn her? Literarische Bildungsvereinigung. Kann ich das mal gerade einen Moment mitnehmen? Ja, wenn es nicht zu lange dauert. Sabine, hast du bei einer Literarischen Bildungsvereinigung was bestellt? Ich? Ja, natürlich, du. Hier ist ein Nachnamepäckchen an dich adressiert. Also nö. Bestellt habe ich nichts. So, dann geht das also zurück. Ah ja, richtig. Lass es zurückgehen. Das ist wohl das Beste. Also, das geht zurück. Schreiben Sie Annahme verweigert oder sowas. Ja, ist gut. So, nun beichte mal. Wie ist denn das gelaufen? Auch bei Marlis bleibt der Ärger nicht aus. Denn auch zu ihr hat der Postbote das gleiche Nachnamepäckchen gebracht. Sag mal, was ist denn nun damit, Marlis? Ich gebe ja zu, dass es blöd war, dass ich da unterschrieben habe. Aber der hat wirklich gesagt, dass es nichts kostet. Ich verstehe auch nicht, wie du sowas annehmen konntest, Mutti. Nun such die Schuld nicht noch woanders. Was ist überhaupt drin für 33 Mark? Blasmusik macht froh. So weißt du. Sag mal, gilt es denn eigentlich, wenn ein Kind sowas unterschreibt? Es ist doch noch minderjährig. Da hast du recht. Ich ruf da mal an. Vielleicht kann ich das gerade bieten. Guten Tag. Wenske ist hier. Ich habe eine Reklamation wegen einer Mitgliedschaft. Können Sie mich da verbinden? Ja, danke. Du sag mal, wann war denn das, als du da unterschrieben hast? Schon ewig her. Ja, da war es noch kalt, aber so genau weiß ich es auch nicht mehr. Ja, guten Tag. Wenske ist hier. Meine Tochter hat offenbar bei Ihnen einen Vertrag unterschrieben. Sie ist aber noch minderjährig und wir haben das nicht genehmigt. Ich nehme an, wir können das am Telefon regeln. Marlis Wenske heißt sie. Was? Wieso? Das ist doch Unsinn. 2. Januar stimmt. Aber nicht 1961, sondern 62. Moment mal bitte. Du sag mal, die behaupten, dass auf ihrem Formular ein anderes Geburtsdatum steht. 1961. Hast du das etwa so angegeben? Der Kerl hat uns so eingewickelt. Der hat uns ja die Worte richtig in den Mund gelegt. Na und Sabine hat auch gesagt, dass sie schon vorherjährig ist. Verdammt, das hättest du gleich sagen können. Jetzt bin ich da voll ins Messer gelaufen. Also hören Sie, Sie brauchen der Sache nicht weiter nachzugehen. Nein, nein, keine Urkundenfälschung. Wir haben hier bei uns die Sache nur verwechselt. Es ist alles in Ordnung. Dankeschön. Auf Wiederhören. Da hast du uns ja eine verdammt dicke Suppe eingebrockt. Meine Tochter. Urkundenfälschung. Wie stehe ich denn jetzt da? Als Beamter. Das darf ich doch nirgends erzählen. Da muss ich ja noch dankbar sein, wenn die keinen Wind drum machen. Aber wieso denn? Dieser Wisch ist doch keine Urkunde. Natürlich ist das eine Urkunde. Und ich kann dir da jetzt nicht raushelfen. Die Bücher müssen abgenommen und bezahlt werden. Aber nicht von mir. Sondern von deinem Taschengeld. Marlis und Sabine sind keine Einzelfälle. Wenige Buchvertreter der gezeigten Art haben in den vergangenen Jahren unzählige Jugendliche auf die gleiche Weise hereingelegt. Und fast immer haben die Eltern zähneknirschend klein beigegeben. Denn sie wollten natürlich nicht lange darüber diskutieren, ob ihr Sohn oder ihre Tochter als Urkundenfälscher anzusehen ist oder nicht. Im Grunde genommen brauchten sie diese Diskussion nicht zu scheuen. Denn strafrechtlich gesehen ist das falsche Geburtsdatum weder eine Urkundenfälschung noch ein Betrug. Aber machen wir uns nichts vor. Peinlich bleibt es für einen Vater oder eine Mutter doch. Deshalb wollen wir hoffen, dass heute möglichst viele Leute diese Geschichte gesehen haben. Denn wie zu Beginn der Sendung schon gesagt, die geheimen Wünsche der Menschen sind nicht selten der entscheidende Ansatzpunkt für Diebe und Betrüger. Auch unser nächster Fall ist dafür ein sehr berättes Beispiel. Hier nutzen sie einen Wunsch aus, der immer noch recht verbreitet ist. Den Traum von beruflicher Selbstständigkeit und damit verbundener persönlicher Unabhängigkeit. Als Voraussetzung braucht man in diesem Fall angeblich nur ein Dokument, das sowieso fast jeder besitzt, einen Führerschein. Der Trick ist sogar so ausgeklügelt, dass die Ganoven gleich mehrfach hintereinander kassieren können. Karl-Heinz Schwarz, ehemaliger Verkäufer in einem Warenhaus, ist eines der Opfer, das ihnen auf dem Leim gegangen ist. Jetzt, nachdem er glaubt, die Masche durchschaut zu haben, versucht er, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. So, hier sind die Schlüssel. Der Wagen steht draußen. Tja, Herr Schwarz, das tut uns natürlich leid, dass Sie jetzt das Handtuch werfen. Bitte. Karl-Heinz Schwarz gibt einen LKW zurück, den er erst vor ein paar Monaten gekauft hat. Die Geschäfte gehen ihm nun mal gut, mal weniger gut. Gerade jetzt haben wir aber wieder einen Aufwärtstrend. Nee, 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 das habe ich schon ein paar Mal gehört. Mit sowas brauchen Sie mir nicht mehr zu kaufen. Wie Sie wollen. Wir kaufen den Wagen vertragsgemäß zurück. Der Schätzpreis beträgt, Moment, 15.000 Mark. Was? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Ich habe 25.000 dafür bezahlt, vor sechs Monaten. Nee, nee, nee. Herr Schwarz, Moment mal. Sie haben den Wagen für 25.000 gekauft. Bezahlt haben Sie aber erst 6.000. Da sind noch 19.000 offen. Für 15.000 nehmen wir ihn zurück. Dann kriegen wir von Ihnen noch 4.000. Hören Sie mal, das kann doch nicht angehen, dass Sie den Wagen zurückkriegen und ich auch noch 4.000 dafür zahlen soll. Doch, doch, das müssen Sie schon. Und für den Fuhrvertrag müssen Sie auch einen stehen. Da gibt es Kündigungsfristen, da läuft einiges an Gebühren weiter, wenn Sie jetzt den Kram hinschmeißen. Versicherungen, Anschlussgebühr, Funk und so weiter. Sie können das aber natürlich in Raten abzahlen. Also, das ist die größte Sauerei aller Zeiten, was Sie hier mit mir machen. Na, na, vorsichtig, Herr Schwarz. Wir könnten auch weniger entgegenkommend sein. Karl-Heinz Schwarz beendet ein Vertragsverhältnis, in dem Rechte und Pflichten sehr ungleich verteilt waren. Während er nicht weiß, wie er seine Schulden bezahlen soll, zieht sein Vertragspartner bereits gewinnträchtige Konsequenzen aus dem offensichtlich vorprogrammierten Ende der Geschäftsverbindung. Georg, der blaue Fünftonner ist wieder frei. Mach ihn ein bisschen zurecht und dann gib gleich das Inserat auf. Wie üblich unter Stellenanzeigen. Ja. Das Inserat, in dem eine selbstständige Existenz als Fuhrunternehmer mit dem dazugehörigen Lkw angeboten wird, erscheint bereits am nächsten Tag. Zu den Lesern, die sich für das Angebot interessieren, gehört auch der 42-jährige Gerhard Brüning. Er ist Angestellter in der Expeditionsabteilung einer Werkzeugmaschinenfabrik und er spielt schon lange mit dem Gedanken, sich bei passender Gelegenheit selbstständig zu machen. Hallo Herr Brüning, Freund. Na, wie geht's? Oh, immer das Gleiche. Habt ihr alles fertig? Ja, doch, das ist ziemlich viel diesmal. Da freut sich mein Chef. Der jammert nämlich immer, wenn wir bloß halb voll fahren. Geht's ihm denn so schlecht? Quatsch. Da bleibt schon ganz schön was hängen. Ja, das glaub ich. Ich seh ja immer eure Rechnungen. Aber fallen da nicht ziemlich viel Unkosten an? So schlimm kann das nicht sein. Der hat sich jetzt ein Swimmingpool gebaut. Mit Halle, mit Gegenstromanlagen, mit allen Schikanen. Kommen Sie erstmal rein ins Büro, damit hier was läuft. So, nehmen Sie Platz. Erich? Ja, ja, hab schon gesehen. Das sind die Drehbänke für Osnabrück. Und denkt dran, vergesst die Fräsmaschine nicht. Das ist der Frachtbrief 24 063. Okay, wir fangen gleich an. Danke. Gucken Sie sich das mal an. Was halten Sie davon? Für mich wäre das nix. Mir ist lieber, ich weiß jeden Monat, was ich kriege. Wollen Sie das wirklich machen? Na ja, ich weiß nicht. Ich komme hier irgendwie nicht richtig weiter. Seit fünf Jahren da Frachtbriefe abhaken. Und was man dabei verdient, ist auch nicht so doll. Wie sieht das aus? Habt ihr eigentlich immer Aufträge? Tja, wir sind ziemlich ausgelastet. Aber wenn da mal so ein Großkunde ausfällt, dann sieht das schon gleich ganz anders aus. Also, ich würde mich das nicht trauen. Haben Sie denn überhaupt einen Zweier-Führerschein? Nö. Aber hier steht doch, Führerschein Klasse 3, da nimmt man sich eben einen kleineren Lkw. Na ja, ist richtig, der reicht ja auch bis siebeneinhalb Tonnen. Und was die da schreiben mit dem Kapital? Tja, wir haben ein bisschen was gespart. Meine Frau hat schon lange mitgearbeitet. Und die bohrt natürlich jetzt, dass wir uns mit dem Geld selbstständig machen sollen. Na ja, wenn Sie meinen. Vielleicht ist das wirklich nicht schlecht. Ich denke auch. Fragen sollte man auf jeden Fall malen. Eine Woche später haben Gerhard Brünings Pläne schon recht konkrete Formen angenommen. Er hat sich zunächst brieflich bei der Firma Last Express gemeldet und dann telefonisch einen Besprechungstermin vereinbart. Zusammen mit seiner Frau will er nun mit dem Geschäftsführer über die Einzelheiten sprechen. Guten Tag. Guten Tag. Ist das nicht ein bisschen viel? Sie haben in dieser Woche schon über 30 Fuhraufträge. Na ja, das ist natürlich richtig. Wenn Sie es als Beiladung mitnehmen und sowieso da rausfahren, dann rentiert sich das natürlich. Ist gut. Ich notiere die Aufträge für Sie. Auf Wiedersehen, Herr Schulz. Entschuldigen Sie bitte. Sie sind sicher Herr und Frau Brüning. Kroll ist mein Name. Wir haben ja schon zusammen telefoniert. Tja, dann wollen wir mal sehen, ob wir zusammenkommen. Was mir mein Mann so erzählt hat, das klang eigentlich alles ganz interessant. Das ist es auch, Frau Brüning. Im Güternahverkehr, da stecken noch Chancen drin. Alles, was irgendwo produziert, verbraucht oder verkauft wird, muss ja zunächst einmal transportiert werden. Dann haben Sie also mehr Aufträge, als Sie selber abwickeln können. Respekt, Herr Brüning. Genau so ist es. Sie haben einen Blick für wirtschaftliche Zusammenhänge. Wir könnten natürlich den Fuhrpark erweitern und Fahrer einstellen. Aber wissen Sie, Angestellte fühlen sich nun mal nicht so verantwortlich wie selbstständige Partner. Da haben Sie recht. Erinnerst du dich noch an den Fahrer, von dem ich dir erzählt habe? Wie der über seinen Chef gesprochen hat? Ja, ja. Aber sagen Sie, wir beide haben, ehrlich gesagt, noch keine rechte Vorstellung davon, wie das Ganze eigentlich ablaufen soll. Ganz einfach. Zunächst schließen Sie mit uns einen Fuhrvertrag ab. Der sichert Ihnen die Aufträge. Da sind Sie auch an unser Funknetz angeschlossen und jederzeit erreichbar. Und damit Sie überhaupt fahren können, vermitteln wir Ihnen einen LKW zu günstigen Bedingungen. Einen Wagen, der für unsere Aufträge passend ist. Versteht Sie? Ja, ja, ja. Äh, und finanziell, wie sieht es da eigentlich aus? Tja, wir können ja hier mal gucken. Nehmen wir doch mal eine x-beliebige Wochenabrechnung von einem unserer Partner, der für uns fährt. Ja, das wäre interessant. Der hier zum Beispiel, sehen Sie, der hat 28 Fuhren im Schnitt zu 200 Mark. Das sind insgesamt, hier bitte, sehen Sie selbst, 5172. Wie? In der Woche? Natürlich. Und wenn es mal ein bisschen weniger ist, sagen wir mal 20 Fuhren, dann sind das immer noch 4000 Mark. Schließlich sind wir daran interessiert, dass Sie gut verdienen. Wir sind ja selbst ein bisschen dran beteiligt. Ja, das habe ich gelesen. Sie kriegen 25 Prozent. Aber wenn wir dann von den 4000 ausgehen, dann bleiben für uns ja immer noch 3000. In der Woche. Ja, ja. Ähm, und was entstehen sonst noch für Unkosten? Tja, da sind ein paar Gebühren für Funk und so weiter. Dann das Benzin, die Steuern, das Übliche halt. Und eben die Raten für den LKW. Da kommt es natürlich darauf an, was Sie anzahlen können. Was ist das denn für ein Wagen? Ach, Sie haben ihn noch gar nicht gesehen. Nein. Da draußen steht er. Kommen Sie, wir schauen ihn uns mal an. Ja. Bitte. Mit bewährten psychologischen Tricks bestärkt der Geschäftsführer der Firma Lastexpress, Herrn und Frau Brüning, in ihren rosigen Zukunftsvorstellungen. Dass er dabei auch auf Kosten und Risiken hinweist, lässt ihn nur noch glaubwürdiger erscheinen. Die Vorgeschichte des Lastwagens könnte das Ehepaar Brüning natürlich skeptisch machen. Aber davon erzählt der Mann ja nichts. Und dass Sie von Preisen für gebrauchte Lastwagen nichts verstehen, hat er längst gemerkt. Sehr gutes Profil, noch drauf, gar kein Problem. Tja, Herr Brüning, Sie haben wirklich Glück. Den kann ich Ihnen sehr günstig lassen, fast neu, so ganze 23.000. Was könnten Sie denn anzahlen? Tja. Würden 5.000 genügen? Ja, das ist natürlich die unterste Grenze, aber ich glaube, in Ihrem Falle könnten wir das machen. Ja, aber wenn nun doch was schief geht, ich meine, wenn es nicht so läuft oder wenn mir was passiert. Aber Gerd, warum soll das denn nicht laufen? Nein, nein, lassen Sie mal, gnädige Frau, Ihr Mann hat ganz recht daran zu denken. Aber im schlimmsten Falle sind wir ja auch noch da. Im Kaufvertrag für den Wagen steht drin, dass wir in solch einem Falle den LKW zum Schätzpreis zurücknehmen. Sie würden also in keinem Fall drauf sitzen bleiben, wenn Sie aus irgendeinem Grunde aufhören wollen. Wieso? Wenn Sie zum Beispiel im Lotto gewonnen haben. Ja, dann guck doch mal rein hier. Versteh doch gar nicht. Also Gerd, ich finde schon, dann bist du doch endlich dein eigener Herr. Das wolltest du doch immer. Okay. Dann machen wir das. Gut. Dann brauchen wir nur noch die Papiere fertig zu machen. Bitte. Schon bald nach dem entscheidenden Vertragsgespräch sitzt Gerhard Brüning am Steuer seines eigenen Lastwagens. Er hat bei seiner bisherigen Firma gekündigt, der LKW ist auf seinen Namen zugelassen und beim Gewerbeamt sowie beim Finanzamt angemeldet. Zu versteuern gibt es allerdings nicht viel. Denn nach den ersten recht guten Tagen fließen die Fuhraufträge nur sehr spärlich. An manchen Tagen verdient Gerhard Brüning nur 20 Mark oder auch gar nichts. Zunächst führen Gerhard Brüning und seine Frau die schlechte Auftragslage auf unvermeidliche Anlaufschwierigkeiten zurück. Aber auch nach weiteren acht Wochen verbessert sich die Situation nicht. Ja, Tag, Herr Kroll. Hier ist Frau Brüning. Sie wollten doch noch einmal anrufen wegen eines Auftrages für morgen Nachmittag. Wieso? Was heißt das? Hat sich erledigt? Sie erledigen scheinbar alles ohne uns. Herr Kroll, das kann nicht mehr lange so weitergehen. Ja, also, wenn was ist, bitte denken Sie dann wirklich an uns. Wiederhören, Herr Kroll. Sag mal, Gerhard, meinst du, die nehmen dich wieder bei deiner alten Firma? Du, ich hab mir das auch schon überlegt. Heute war wieder nur ein einziger Auftrag zu 37 Mark. Hast du mal durchgerechnet, wie wir überhaupt stehen? Eine Katastrophe. Alle Konten sind überzogen bis zum Gehtnichtmehr. Ich trau mich schon gar nicht mehr zur Bank. Wie ich dir raten, am ersten zahlen soll, ist mir schleierhaft. Wenn ich das so überschlage, dann haben wir doch bestimmt schon 20.000 Mark zugesetzt. 20.000, das langt nicht. Es sind mindestens 30.000. Oh, scheiße. Ja. Und was nun? Du, ich glaub, wir hören auf. Das kann ja noch schlimmer werden. Ich fürchte, du hast recht. Hätte ich bloß meinen Mund gehalten und dich nicht auch noch gedrängelt. Weißt du was? Ich fahr da morgen gleich mal hin. Wieder einmal geht eine Geschäftsbeziehung genauso zu Ende, wie es die dubiose Speditionsfirma vorprogrammiert hat. Der Geschäftsführer ist zwar bereit, Herrn Brüning aus der sogenannten Partnerschaft zu entlassen, aber er pocht auf die buchstabengetreue Erfüllung der abgeschlossenen Verträge. Und da hat Herr Brüning, wie er inzwischen weiß, leider nur Pflichten. Also aus dem Fuhrvertrag ergeben sich bei vorzeitiger Auflösung Gebühren von insgesamt 2.175 Mark. Das ist ja eine schöne Halsabschneiderei. Aber gut, wir können das ja dann mit dem Wagen verrechnen. Das müssen wir wohl. Ich weiß nur nicht, ob Sie das richtig sehen, wie die Rechnung aussieht. Wieso? Ich habe jetzt hier die Schätzlurkunde. Demnach ist der LKW noch 12.000 Mark wert. Was? Vor drei Monaten habe ich 23.000 dafür bezahlt. Das gibt es doch nicht, dass der Schätzpreis inzwischen fast nur noch der Hälfte wert ist. Moment mal, damit hier kein Irrtum entsteht. Gekauft haben Sie den Wagen für einen zwischen uns frei vereinbarten Preis von 23.000 Mark. Genau. Lediglich für die Rücknahme wurde der offizielle Schätzpreis vereinbart. Und da ist nun mal ein Unterschied, das müssen Sie doch wissen. Aber das können Sie doch mit mir nicht machen. Das ist ja geradezu kriminell. Seien Sie vorsichtig, Herr Brüning. Juristisch geht bei uns alles exakt zu. Ich habe drei... Und beleidigen lassen wir uns auch nicht. Ich habe 23 bezahlt und jetzt soll ich bloß 12 kriegen? Moment mal, Sie haben nicht 23 bezahlt, Sie haben 5.000 bezahlt und dann noch mal sechs Raten nach 500, das macht zusammen 8.000 Mark. Ja. Wir hätten also von Ihnen 15.000 Mark zu bekommen. 12.000 Schätzpreis vergüten wir Ihnen für den Rückkauf, also bekommen wir von Ihnen noch 3.000 Mark und wie gesagt, die Gebühren, das macht zusammen 5.175.000 Mark. Sagen Sie mal, kommen Sie sich nicht manchmal selber schäbig vor. Nein, wieso? Wir halten uns genau an die Verträge. Dann wünsche ich Ihnen auch weiterhin viele gute Geschäfte. Vielen Dank, Herr Brüning. Georg, den blauen Fünftonner kannst du wieder fertig machen. Und sieh zu, dass das Inserat noch in die Wochenendausgabe kommt. Nun, Sie werden sicher auf ein derartiges Inserat nicht mehr hereinfallen, meine Damen und Herren. Für Gerhard Brüning aber gab es keinen drinnen mehr. Er musste schließlich die Rechnung bezahlen, die ihm das Transportunternehmen präsentiert hat. Denn rein formal war in den Verträgen nichts zu rütteln. Dabei hätte Herr Brüning, wenn er die Verträge vorher sorgfältig und kritisch geprüft hätte oder hätte prüfen lassen, durchaus merken können, dass er mit dem einen Vertrag zwar einen teuren Lastwagen definitiv gekauft hat, im anderen Vertrag ihm aber entsprechende Fuhraufträge nur unverbindlich in Aussicht gestellt und nicht garantiert worden waren. Sicher, wenn man glaubt, einen lange gehegten Wunsch erfüllt zu bekommen, neigt man nicht sehr zu kritischen Prüfungen. Aber man spart unter Umständen viel Geld oder bewahrt sich gar vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch, wenn man auch in solchen Situationen skeptisch bleibt. der Ratschlag skeptisch zu bleiben gilt auch für den vierten Fall, den wir Ihnen jetzt im Rahmen unseres Experiments vorstellen wollen. In der Montur von ehrlichen Handwerkern zogen unsere Mitarbeiter mit einer versteckten Kamera durch die Büros verschiedener Firmen immer auf der Suche nach leicht zugänglichen Portemonnaies und Brieftaschen. Tricktippstelle dieser Art sind zwar nicht neu, wir haben sie auch in dieser Sendereihe schon behandelt, aber die Erfahrung und unser Experiment zeigen, dass es durchaus angebracht ist, noch einmal mit Nachdruck darauf hinzuweisen, wie nützlich es ist, besser auf Geld und Papiere aufzupassen. Kurioserweise stolpert unser falscher Monteur gleich über eine polizeiliche Warnung, ein Plakat, das auf Bürodiebe aufmerksam macht. Dennoch wagt Bernd Schröder hier den ersten Versuch. Tag die Damen, wir haben Probleme mit der Heizung, das Wasser muss abgestellt werden, wenn sie mal kurz verschwinden müssen. Die Geschichte mit dem Wasser, das angeblich abgestellt wird, soll die Damen dazu bewegen, das Büro kurz zu verlassen. Gefilmt wird das Ganze übrigens aus einer Tasche, die der zweite Monteur, in Wirklichkeit unser Kameramann, bei sich trägt. Und schon gerät ein lohnendes Objekt ins Blickfeld der falschen Handwerker. Also es muss, nach meiner Meinung muss es an der Pumpe liegen, glaube ich. Doch der erste Zugriff misslingt, denn die junge Dame bleibt zunächst im Raum. In einem leeren Nachbarbüro können unsere Leute dann ganz ungeniert die unverschlossenen Schreibtische untersuchen. Als sie zurückkommen, steht die schon einmal angepeilte Handtasche allein und verlassen im Büro und wird so zur leichten Beute. Der Inhalt kann sich sehen lassen. Personalpapiere und Kfz-Schein, Wohnungsschlüssel, Geld und die Schlüssel für das Auto. Und da die leeren Büros fast alle einladend offen stehen, geht es jetzt Schlag auf Schlag. Ein Taschenrechner, ein Aktenkoffer und schließlich noch einmal eine Handtasche mit Geld und Papieren. Alles wäre im Ernstfall echten Ganoven auf Nimmerwiedersehen in die Hände gefallen. Also wenn die Heizkörper an sein sollten, müssten wir sie mal abdrehen. In einem Büro steht sogar ein kleiner Tressor offen. Eine herrenlose Jacke wird gründlich durchgesehen. Fündig wird unser Monteur auch in einem unscheinbaren Büroschrank, an dem der Schlüssel steckt. Zur Beute gehört schließlich auch eine prall gefüllte kleine Herrentasche. Ordnungsgemäß verschlossen war bei dem ganzen Experiment eigentlich nur eine Tür, die vom großen Panzerschrank. Für den Chef des Unternehmens, der seinen Panzerschrank hier vielleicht wieder erkannt hat, wenigstens ein kleiner Trost. Ansonsten hat unser Experiment, glaube ich, recht deutlich gezeigt, dass die Ermahnung durchaus angebracht ist, nicht nur Tresortüren, sondern auch Zimmertüren abzuschließen, wenn man das Büro verlässt. Denn was hilft die beste Vorbeugeaktion der Polizei, wenn sich keiner danach richtet? Und damit auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal bei der Sendung Vorsicht, Falle! Musik Musik